Was ist das für ein Gefühl, fünf Tage vor der Wahl? Wie fühlen Sie sich? Sehr entspannt. Die wollen dich als Führungsfigur. Das können wir tun, wenn ich im Elisee-Palast sitze. Die Finanzermittler stehen kurz davor, dich festzunehmen. Wir machen uns schmutzig, um Menschen zu helfen. Ist da auch nur irgendetwas, womit man mich in Verbindung bringen kann? Nein, nicht. Ihre Freundschaft, so viel lieb, steht Ihnen im Weg. Machen Sie das Beste draus. Erst handelst du ihn als dein Nachfolger und dann willst du ihm nicht mal ein Departement lassen. Ich bleibe Kandidat. Ein unabhängiger, aber Kandidat. Nein, im Moment brauche ich Rick Ward nicht. Ich bin sicher, Sie werden sich gegen mich verschwören. Wir werden das nicht mit ansehen, dass die Faschisten punkten. Wir unterbrechen die Sitzung, vielen Dank. Wird das eine Beschattung oder eine Bedrohung? Für wen hältst du dich? Sie ist alles, was du verachtest. Er wird im Präsidentenstuhl. Wir hätten ihn rausschmeißen sollen, als es noch möglich war. Wenn Francie es nicht schlägt, dann tut weh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017